Sie hören Hitradio RT1 bei der Arbeit? Dann gibt's 250 Euro. Einschaltprämie für Sie. Grüß Gott, ich such die Verkäuferin Heike. Ich bin der Radiochecker. Heike, wo ist das Radio? In der Küche. Grüß Gott. Ein Radio läuft. Heike, dreh mal richtig auf. Komm, leg noch mal was zu. Das Winter ändern wird, wenn es Sommer wird. Ja, wenn es Sommer wird, schön wär's. Danke. Herr Heike, wunderbar. Hier hinten läuft RT1. Genau. Den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Egal ob Gelbwurst, Schweinebauch. Es läuft in der Metzgerei und in der Küche, nur RT1. Sie haben eine Wursttheke, ich habe eine Geldtheke. Okay. Die öffne ich jetzt. Ja. Achtung. Und das sind 250 Euro Einschaltprämie. Uh. Yeah.